Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Alien. Und es ist verdammt lange hier. Und ich bin... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so gut finden soll, dass der Speicherstand hier noch da ist, weil ich musste ja wie gesagt alles von meinem PC runterschmeißen. Und... Naja, ich mein... Ja gut, der Speicherstand ist da. Aber... Jetzt muss man erst mal wieder... Ich muss erst mal mich reinpuxen hier wieder. Wahrscheinlich werde ich eh gleich sterben. Ich gehe einfach mal die Treppe hier hoch. Äh, Treppe, äh, weiter. Und ich habe auch... Oh, Schock! Hat man das gerade im Hintergrund knallnirrt? Das war... Ich nicht. Ich weiß auch gar nicht... Ob das Alien auch hierher kommt. Also durch die Tür? Kommt es auf jeden Fall nicht. Die ist zu. Aber... Da ist ja noch... Ich muss auch lange drücken. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das nochmal war. Äh, wenn ich mich hier drin verstecke. Welche Knöpfe ich denn drücken muss, wenn es hier anfängt rumzuschnüffeln? Äh... Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Wo... Wie... Äh... Es lang geht. Es hat gepiept, 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 es hat gepiept! Es hat gepiept. Das ist, ähm, das, 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 ähm, das, das, das. Es wird auf jeden Fall eine Totschmür. Wieder reinzukommen, zu wissen, wo die Knöpfe sind, was man hier alles machen kann. Gut, ich habe einen Flammenwerfer, also ich kriege das auf jeden Fall weggebrutzelt, dieses Mistding. Hatte ich nicht irgendwo noch? Warte mal. Also wir waren... Alter. Ein bisschen Abstand. Also wie, äh, ich in den Schrank reinkomme, weiß ich jetzt auf jeden Fall lange. Ah, warte mal. Was haben wir denn noch? Elektroschocker, ja. Aber ich hatte doch noch... Hast du nicht noch nur andere Waffen? Ich klatsche jetzt hier einfach lang, also wenn es kommt, dann kommt es. Guck, guck. Bist du da oben, Mom? Komm mal runter. Aber das wären wir ja... Ja, das kriegen wir hin. Haben einen Flammenwerfer, komm. Nun komm, dreh dich. Weg. Und jetzt. So, dann machen wir das gute Stück mal aus. Wie geht denn, dass sie alles noch holen? Nein. Rüber. Passt schon. Oh, Karte. Daran kann ich mich noch erinnern. Immer her damit. Irgendwas war da für ein Flammenwerfer. Warte mal. Oh, hier ist ja auch ein Loch. Da. Und wie habe ich das Gefühl? Wie? Das kommt. Komm, such mich. Finde mich. Was? Das war es schon. Na, dann so ist es... Oh, gut. Ihr sollt's recht sein. Warte mal. Warte mal, wo war... Warte mal, wo war die... Karte? Na ja, wir sind sowas von richtig. Oh, hier können wir aufmachen. Das ist ein Schwanzmensch. Oh, hier ist ein Schwanzmensch. Ja, ich muss mich doch erst mal reinfuchsen. Und so. Und so, ja. Ein Flammenwerfer. Ein Flammenwerfer. Wir folgen mal der... Der Blutspur. Warum? Ja. Wieso sollte man einer Blutspur... Folgen? Weil wir schlau sind. Huch. Na, komm mal her. Nein, ich will den Ausweis, Mann. Dankeschön. Alter. Du. Bist mal voll tot. Ich noch nicht. Klettern. Hey, komm, klettern. Vielleicht ist das Spiel ja weiterhin so... Geil buggy. Ich biete Alien-Spiel im Bug-Format. Bug-Format? Ein Buggy-Spiel, morris. Das Alien taucht da hier an Stellen auf. Wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Ich würde es mal jahren. Das Katten-Dreist. Oder? Und die Tür öffnen. Und weißt du, was ich jetzt... ...noch lustiger finde? Äh, ich habe meine Uhr nicht gestellt. Das werde ich jetzt mal ihm tun. So. Ich weiß gar nicht. Piept das Teil? Aber wir werden es sehen. Oh, ich werde es jetzt hier auf... Äh. Nein. Werde ich es noch nicht aufmachen. Na, komm. Komm. Ey, Mann, ich bin hier. Gut. So, wie war denn das? Und... Ja. Das kriege ich schon mal hin. Und... Also, ich bin hier. Und... Ich bin hier. Ha! Wir haben was gebastelt. Sollen wir noch was basteln? Nö. Ähm, Karte? Blinkert es jetzt, genau. Die Karte ist ja immer noch weiterhin dieselbe nette Karte, die einfach nur so rumblinkert. Jetzt hat es sich wieder hier wie besoffen an, ob sie die Teile am Behen hätte. Holt die so spülen. Hier haben wir übrigens auch eine Tür. Mhm. Toll, da ist was für eine Flammenwerke drin. Da komm. Alter, hier gibt es ja auch ein Loch. Wenn das Vieh, äh, zu nah ist, bringt der Flammen. Der Flammenwerfer nimmt nämlich auch nichts. Der haut es mich mal nämlich voll um. Ha! Hm? Jetzt hab ich irgendwas eingesammelt. Guck mal, jetzt hier. Feuer frei. Och Mensch, was machst du denn? Ich geh mal hier an. Na, komm schon. Hallo? Ey, ich hab gedrückt. Mann. Ja, wer lesen möchte, macht Pause. Ich lese nicht. Mann kommt auch ohne Lesen weiter hier. 2, 7, 4, 3. Okay. 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 Also, 2, 7, 4. Yeah. Gib mir das. Das ist toll. Wo bist du? Wo bist du? Sag mal, kann man hier eigentlich... Hier. War ich das jetzt? Ja, ich war's. Was sagt die Karte? Baaah, wir sehen mal da. Schade. Äh, wir sehen mal da. Ah, ja, ich muss ja in die... Äh, äh. Darauf freue ich mich jetzt aber nicht. Oh, wir sind bloß hier. Wir scheißen uns nicht einfach ein. Oh, wenn's... Oh, Gott. Wenn's von oben... Alter! Das ruckelt. Wenn's denn von oben... Gerade runterkommt, wenn man gerade durchslaufen. Gefahr ist nah. Ja, und? Oh, 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 oh. Ja, Mann. Was für ein Schalter. Alter. Das war genau da. Das ist schon wieder unten. Ich hab's gehört. Ist es oben? Oder ist es hier unten? Und? Da. Neu, was ist denn das für einer? Wieso? Ach ja. Da war ja was. Oh, oh. Wieso kommt denn der hier langs... ...und? Das ist das für eine Spätigkeit. Das ist das für eine Spätigkeit. Das ist das für eine Spätigkeit. Ja, war voll die epische Spätigkeit. Oh, das kitzelt mich so eine Finger, dieses Ding jetzt. Das ist voll... Oh, das ist so episch, Mann. Oh, ich dachte schon, das hat mich gesehen. Oh, das ist so episch, Mann. Ich find dich total toll. Wie mach' ich denn das jetzt mit dem anderen? Und so. Hä? Jetzt ist es weg. Glaub ich. Aber wo ist denn? Wo ist denn? Ich würde gern da ran. Ich würde gern da ran. Na, nein. Das hört sich so an, ob das irgendwie hier ist. Nun, geh weg, bevor der andere kommt. Oh, das ist mir ja halt, Mann. Was? Leistungsschalter. Macht das mir doch nicht gleich so. Was? Hab ich was vergessen? Muss ich da wieder hoch? Ja, boné. Ach, ich schläche hier noch. Nur dann würde ich mal sagen, ab nach oben. Hab ich irgendwas verpeilt. Guten Tag. Auf ein neues. Da nicht. Da war ja ein Bus. Was sind das viele? Gut. Und. Und. Wala. 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 Habe ich... Ähm... Warte mal... Wo bist du denn? Das meint sich schmeidig... Ich muss ja mal kurz hier gucken... Wir hören uns geschmeidig bei... Ich peile schon wieder irgendetwas nicht hier... Ach komm doch... Hm... Da war noch was... Bei der Leiche? Nö... Oder doch? Ging es da irgendwie noch weiter? Ich krabbel hier einfach mal rein... Tür verschlossen... Oh! Komm mal an... Ähm... Ja... Soll der sich genauer umgucken... Der ist ja peinlich... Ich habe ja keine Ahnung warum das so ruckelt... Wenn die da... Die Seite da runterhüttelt... Mann guck doch mal... Ja wo bin ich denn? Hm... Oh... Warte mal... Oh... Oh... Warte mal... Huh... Ich... 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 Ich vergesse mich wieder nach oben... Irgendwie habe ich das Gefühl. Es ist hier irgendwo. Gut, es ist die ganze Zeit hier irgendwo. Weil ich habe irgendwie... Alter, rupel, rupel, rupel. Jetzt reißt du mir die Bähne weg. Ah, guck doch mal. Was denn der da? Der soll mal weg da. Ey, das ist doch nur die Musik, wenn das Eldien in der Nähe ist. Ey, psst, geh mal. Was tippst du denn da? Kann ich dir... Kann ich dir einen Schocker in den Rücken jagen? Kann ich mich ranschleichen und ihm von hinten Wassergefecht setzen? Ich weiß nicht, wie ich ranne. Ich weiß nicht, wie ich ranne. Alter, ich bin ein Mädchen. Ich drücke jetzt schon mal A. Oh, das möchte ich nicht. Wo bist du? Alter, jetzt, jetzt kriegt mich der Dumbo... Ja, genau. Das ist sowas von... Ich bin da nötig. Hm. Warte, ich mach mal noch eine. Was? Ja, was hab ich getan? Volle Dröhnung, Baby. Volle Dröhnung. Ja. Wir haben es ja, Dicke. Wir haben es ja, Dicke. Es hat mich, glaube ich, nicht gesehen, aber ich weiß nicht. Wenn es dann erstmal los schießt, dann schießt es los. Aber ich hab gewonnen. Ist klar. Fettsieger. Wie renne ich denn nochmal? Ah, reindrücken. Alles klar. Ich weiß, wie man trampelt. So, also. Ein Feind. Hätten wir schon mal ausgeschaltet. Oh, Baby. Das ist noch. Das ist richtig nah. Ist das kein Hobby? Gut. Ich geh ran hier. Oh je, du killst mich jetzt. Ah, ist klar. Und? Äh, ich glaub's ja nicht. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich jetzt am PC. So. Haben wir ein bisschen rumgefummelt. Haben wir ein bisschen Klammenwerfer, wenn's braucht. Du hast noch was? Steht mal hier. Nimm ich. Komm, klettern, episch. Na, dann steigen wir mal. Äh, dafür kann ich echt nicht. Steigen wir mal ab, ja. Äh, oh, was ist doch wieder? Oh, da kommt der Blinkertz da und dann rückt man da hin oder ist aber nichts? Und ich weiß das auch nicht mehr. Dafür ist es echt lange her. Nee, die stille Kämmerung. Klatsch, klatsch ich mich mal hier an. Ich hab null Ahnung. Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungs-Android ist unterwegs. Nicht nervös. Angst, nein. Klammenwerfer. Ich brauche mal wieder Muni. Klammener Muni. Ich fühle mich hier so sicher. Ich bleib hier. Hm, so. Komm, ich hab gedrückt. Alles klar. Dann werden wir in der nächsten Folge uns angucken, ob ich das richtig gemacht habe. Und beschäftigen das Alien weiterhin. Bis dahin. Lasst euch nicht killen. Tschüss. 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 Vielen Dank.